Wir starten mal ganz frisch ins neue Jahr 2010 mit einem Workshop für das Instrument. Was für ein Instrument, Stefan? Saxophon. Blockflöte. Achso, Blockflöte. Nein, das ist kein Blockflöte. Im Hintergrund hört man vielleicht schon ein bisschen Saxophon-Gitarre, wenn Sie genau zuhören oben. Da haben wir nämlich zwei ganz, ganz tolle Freunde des Hauses zu Gast heute. Das ist einmal der Peter Weniger, der künstlerische Direktor vom Jazz-Institut in Berlin. Und mitgebracht hat er heute den Karl Schlotz, Gitarrist aus, ja, geboren in St. Louis, glaube ich. Lange Zeit in New York gelebt und jetzt in Deutschland, in Berlin. Beide kommen ja aus Berlin und die haben wir heute zu Gast. Und da wollen wir mal ein bisschen reinhören, was die so machen, ne, Stefan? Ist doch, glaube ich, besser, wenn der Peter Weniger sagt, so gut spielt heute, oder? Du machst es aber auch gut. Ja, ja. Du machst es aber auch gut. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018